Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ziemlich nass war es heute bei uns und dazu auch vor allem für alle, die unter der Front unterdichten Wolken lang ganz schön kalt. Heute kam eben ein dichtes Wolkenband, das aus Südwesten auch immer wieder Nachschub bekam. Also es regnete zum Teil länger anhaltend und auch stark. Im Nordwesten lockerte es im Laufe des Tages auf. Temperaturen dann dort auch so bei 18, 19 Grad und im Südosten ebenfalls noch lange Sonne. Ich halte Mühle, Bayerischer Wald, 8 Stunden 13 Minuten, in Eschweiler 7 Stunden und 40 Minuten Sonne. In Freiburg, da hing man eben unter diesem Wolkenband mehr oder weniger den ganzen Tag. 13 Grad am Mummelsee dazu 17 Liter pro Quadratmeter, in Görlitz heute sogar 20 Grad. Und es kommen jetzt immer wieder Tiefdruckgebiete aus Westen, das heißt das nächste, das am Mittwoch herein sieht. Morgen kommt erstmal eine Front mit Regen, Mittwoch dreht sich dann hier dieses Tief ein, sorgt zum Teil für heftige Schauer und auch Gewitter und für stürmischen Wind. Das gilt vor allem für den Westen und Nordwesten Deutschlands. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit abziehenden Regenwolken zu tun. In der zweiten Nachthälfte setzt dann aus Südwesten ein neues Wolkenband an, das auch starken Regen dabei hat. Im Nordwesten längere Zeit locker bewirkt oder sternklar. Im Südosten Bayerns auch noch lange Zeit trocken. Und da, wo eben ab und zu die Sterne zu sehen sind, wird es Kalttemperaturen meist im einstelligen Bereich. Sonst liegen die Werte morgen früh meist bei 10 bis 13 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit dichten Wolkenfeldern, die doch zum Teil auch noch kräftigeren Regen bringen. Vor allem von Sachsen-Anhalt rauf bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Nordwesten ist ab und zu die Sonne dabei. Und sonst gibt es ebenfalls lange trockene Abschnitte mit etwas Sonne, bevor dann im Laufe des Nachmittags eben schon wieder neuer Regen aus Westen hereinkommen wird. Zumindest so um die Mittagszeit von der Nordsee bis zu den Mittelgebirgen ein Streifen mit recht viel Sonne. Der wird dann im Laufe des Nachmittags immer weiter nach Osten und Nordosten gedrückt. Denn dann rückt das Tief aus Westen nach. Das heißt aber auch für Mecklenburg-Vorpommern, dass die letzten Schauer über die Ostsee abziehen. Die Temperaturen sind dann morgen auch recht unterschiedlich. 22 Grad nochmal in der Lausitz. Hinter der Front ebenfalls so 18, 19 Grad unter den dichtesten Wolken mit Regen 12 bis 14 Grad. Der Wind dazu kommt aus unterschiedlichen Richtungen, ist meist schwach bis mäßig. Direkt an der Nordsee weht er auch frisch. Die nächsten Tage immer noch etwas wechselhaft. Am Mittwoch da dann nach Westen hin zum Teil starke Schauer und Gewitter. Donnerstag für die meisten trocken. Schönen Abend.